So, da ist sie, unsere Ellie. Guckt mal, was es mal eine tolle Hündin ist. Sie ist so lieb und so eine hübsche. Und sie sucht noch ihre Familie, man kann es kaum glauben. Denn sie ist ein echter Jackpot. Und das sage ich nicht nur so, es ist wirklich so. Sie verträgt sich super gut in allen Artgenossen. Sie liebt Menschen über alles. Und ja, kommt auch mit kleinen Kindern klar. Eva hat es oft getestet, als ihre Kinder noch klein waren oder noch kleiner waren. Ellie ist jetzt ja zweieinhalb Jahre alt, im Februar 2022. Hat aber ihr ganzes Hundeleben noch vor sich. Und wir würden uns freuen, wenn sie das gemeinsam mit euch verbringen dürfte. Na, wie wir es. Doch, klischee. Und jetzt, ich sage das, ich gebe euch jetzt mal noch. Untertitelung des ZDF, 2020